So, aller guten Dinge sind ja bekanntermaßen drei. Es gibt jetzt hier erstmal bis auf weiteres keinerlei Videos mehr zum Thema, aber hallo NWO-Kai. Wir kennen uns ja ein bisschen. Leider muss ich sie in der Hinsicht korrigieren auf ihre Aussage hin, die sie mir seinerzeit am Telefon frech mitgeteilt hatten. Sie hätten dafür gesorgt, dass meine Straf-Online-Anzeige gegen sie unter den Tisch fallen gelassen wird durch ihre Beziehung zur Polizei, wie sie großkotzig meinten. Dem ist nicht so. Ich habe inzwischen die Polizei auch wieder daran erinnert und die Original-Strafanzeige und ihre Drohung hier gegen mich. Die Frau Boshaftigkeit, nur so strotz, liegt ja bei der Staatsanwaltschaft Berlin vor. Auch da ist der Sack zu. Sie werden sich auch verantworten müssen von mir, juristisch, gesellschaftlich und das wird auch ihr Leben empfindlich negativ einfärben per NWO-Kai sowie dazu. So und das war es jetzt bis auf weiteres. Gibt es hier erstmal keine Videos mehr. Und ihr könnt das ja meinetwegen auch wieder als MET bezeichnen. Ihr werdet schnell feststellen, dass das kein MET ist, dass es jetzt ein Eingemachte geht gegen jeden von euch, den es betrifft und der ziemlich teuflischen Kreis dazu gehört. Und tschüss. Weitere Videos gibt es hier erstmal auf lange Sicht nicht mehr. Ja. 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 Ja.